Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Doom! Jo, ich drücke die Leertaste. Es geht weiter. Kenne deinen Feind. Wo sind wir denn jetzt hier? Aha, müssen wir jetzt... Hallo, ich bin Vega, die künstliche Intelligenz, die dem Mars zugewiesen wurde. Nach Analyse des Prättorenanzugs scheint es möglich, optionale Herausforderungen freizuschalten, durch deren Abschluss sie ihr Arsenal schneller ausbauen können. Ich habe ihrem Dossier einen entsprechenden Eintrag hinzugefügt. Bisons-Erforderungen. Bisons-Erforderungen werden zu Beginn ein bisschen ermittelt. Sobald die Waffenpunkte in Reitermissionen des Dossiers tabt, kannst du nachschauen. Dann gucken wir doch mal. Okay, wir sind hier... Was ist das da? Ach, hier ist das Ziel. Okay. Mhm. Da müssen wir also hin. Das sieht ja leicht aus. Spaß beiseite. Okay. Also. Tötet zwei Besessenen mit einer Abzugsbestätigung der Schrotflinte. Dafür bräuchte ich die Schrotflinte. Ähm. Führe fünf verschiedene Glory-Kills bei Besessenen aus. Größte Entdecker. Finde drei versteckte Extras. Okay. Es gibt eine Zelle, es gibt Felddrohnen, es gibt eine Miete Wachen. Das ist ja mal schön, ne? Gut. Dann sollte ich doch mal gleich hier mal... ...mich ein bisschen umgucken, ne? So, was haben wir noch? Die Schrotflinte. Okay, die habe ich ja schon. Oh, die Pistole. Ach, hier oben sieht man immer den Fortschritt. Habe ich hier irgendwas? Ich habe einen Punkt übrig. Rasche... Oh, das gefällt mir. Erhöht die Größe der Explosionen. Erntet er auf seines Explosionsschusses. Ähm. Glory-Kills mache ich am besten mit der Pistole. Also mal anschießen und dann... Na, Kampfpünktchen. Also meistens mache ich so, dass ich mir ein bisschen das Level wegbatsche. Das heißt, ich kämpfe mich da etwas durch. Und wenn ich das dann geschafft habe, dann... ...suche ich nach den Extras und so. Meins. Guck mal, einer nach dem anderen. Von vorne. Von vorne. Okay. Ach, pass auf, wir machen wir jetzt von oben. Oh, hat nicht funktioniert. Okay, oh. Wo ist da noch einer, oder? Alter. Na hinten. Was ist das hier? Da komme ich hier, ne? Okay. Bisschen laut hier. Einer noch, einer noch. Dann habe ich wenigstens das hier in der Herausforderung. Ach, das gibt einen Waffenpunkt. Okay. Machen wir auf hier. Okay. Perfekt. Hab ich es jetzt? Ja, okay. Sehr gut. Die nächste Herausforderung ist... Töte zwei Besessen mit einer Abzugspitzung der Schrotwinte. Okay. Nein! Ah! Hauptenergie offline. Ist da noch einmal? Okay, perfekt. Komm mal mit. Irgendwann mit. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich muss da zwei Tüten mit einem Schuss. Oh. Energie! Ich habe Energie online. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Okay. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Okay. Also mit dem Waffenpunkt. Wo ist meine Maus? Hä? Ach da. Mei. Ich habe die Maus nicht gesehen. Es tut mir leid. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. Moki. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Ah, was sind denn da unten? Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Was war denn das da? Habt ihr das auch gerade gesehen? Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da ist deine Wechsel. Und das ist ein bisschen laut, ne? Das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Meine Schwestern. Okay, da war nichts auf dieser Ebene. Seht ihr das da hinten? Komme ich da irgendwie hin? Manchmal muss man ein bisschen klettern. Ihr werdet die Ersten sein. Wo ist denn? Au, oh. Alter. Hätte ich mal fast die Automap über... Okay, hier ist ein bisschen... Aha. Ähm, wie renne ich denn nochmal? Da renne ich nicht. Grüß Gott. Cool. Ein Geheimnis gefunden. Vollkommen in die Taschen. Da habe ich halt so keine Taschendampe. Okay. Cool, extra. Ich mag sowas. Ähm, ja. Sonst habe ich ja alles, ne? Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben würde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sich hier uns erschaffen. Und das jetzt. Nein! Oh. 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 wir wurden sehr scharf nein ich krieg das nicht hin mit der schrug finde scheiße oder habe ich nicht geschafft ich will noch ein bisschen umgucken ich müsste die eigentlich beide anschießen dann weiter weg oder kann ich noch mit der rakete machen ach da geht es gar nicht lang ok ich habe da so einen scanner der manchmal anzeigt wenn ich irgendwas da ok die Menschenopfer das Höllenportal die Dämonen es ist alles wahr meine Schwestern und Brüder ihr dürft dankbar sein ihr werdet die Ersten sein ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben genau wie ich einen haben werde wir werden Teil einer neuen Welt sein die sie für uns erschaffen und das jetzt die sie sie seht ihr das auch ah glaubt falsch ich muss nochmal hoch da muss irgendwo auf der anderen Seite muss was zum hüpfen sein mei ich glaube an Ehrlichkeit vor allem jetzt da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind das da ja wow die Dämonen es ist alles wahr meine Schwestern und Brüder ihr dürft dankbar sein ihr werdet die Ersten oh habe ich wieder ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben genau wie ich einen haben werde wir werden Teil einer neuen Welt sein die sie für uns erschaffen hab ich jetzt irgendwo so ein Secret ah ok das da wird er sein geil ähm easy haha yeah Secret Level ok 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 So was? Erinnert mich jetzt ein bisschen an. Hier gibt es nichts. Ganz klein, ein bisschen lame. Oder zählt es als zweites Geheimnis? Ja. Okay. Habe ich nichts gesagt. So. Ich habe den einen Detektor ein bisschen aufgewertet. Deswegen sehe ich ja. Ja, jetzt. Hey, geil. Ja. 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 Boah! Oh! Was ist denn die nächste Herausforderung? Bist du die Extras? Okay. Haben wir mal ein bisschen... Sehr schön. Gut. Die Kämpfe sind meistens ein bisschen schwierig, wenn man gleichzeitig noch versucht, diese Herausforderung zu machen. Aber es geht, es geht. Ich spiele hier auf Normal. Ist nicht so schlimm. Aber es ist aber erst am Anfang vom Spiel, muss man auch mal sagen, ne? Oh nein. Okay, ich muss hier irgendwie hoch, ne? Oh, und von da komme ich auch noch irgendwo hin. Hm, wie komme ich denn da jetzt hoch? Wenn wir zum Doppelsprung wären, wäre das cool, ne? Wo? Da falle ich höchstens ins Loch. Stopp! Boah, ich hasse sowas. Oh, ne Rüstung. Da ist ein Loch. Oh, ich habe ein Loch. Oh, ich habe ein Loch. Warte mal, dass hier ein Waffen hat. Das ist unten, ne? Ja, aber hier hinten. Granate ist es nicht, oder so. Nö. Okay, komme ich vielleicht von der anderen Seite ran. Wir von der USC sind stets um eine wahnsinnige Belegschaft bemüht. Jedes Jahr ziehen wir nur die besten Herrler. Wollen Sie weiter nach oben? Neue Herausforderungen? Mehr werden, als Sie sich je erträumt haben? Fragen Sie Ihre Vorgesetzten, ob Sie für die diesjährige Zehnärzte in Frage kommen. Cool. Kettenwege, guck mal nochmal. Da, da, da muss ich umgehen. Darf ich mal gucken. Ah, hier. Koldex, erreichere Bereich Ressourcen-Operation. Okay, wer es lesen will, bitte hier. Bitteschön. So, was haben wir denn? Die Kettensäge. Tun wir doch mal kurz. In die Kettensäge. Warte, ich kann nicht gar nichts machen. Ist aber schade. Finde eine Felddrohne, um diesen Mod freizuschalten. Oh, cool. Ah, ich hab das zwei Punkte. So, aber hier war doch... Die Kettensäge, meine Fresse. Auf was aktiviere ich die Kettensäge? Huys bücken. Was vor und zurück? Ähm... Warum müssen die Kettensäge nicht als Waffe hier drin? Eigentlich sollte sie sich in den Agent Komplexen geben, obwohl da eigentlich kein Bedarf besteht. Das Sicherheitspersonal wurde darauf hingewiesen, dass vermutlich auf dem Mars geschmuggelt wurde. Und sie ist angewiesen, dass sie unverzüglich konversieren, dass es hier keinen praktischen Nutzen für sie gibt. Geht man davon aus, dass sie wohl an Schwarzmarkt ihr Thysiasten gehört. Oh, hier stehen Waffen-Kills. 37, 30, 0. Schaut mal, Leute mit der Granate töten, ne? Ja, aber wie komme ich denn jetzt an meine Kettensäge? Ah, eins ist die Kettensäge, okay. Oh. Habt ihr nicht gesehen. Eins. Eins. Yeah. Oh, war der Falsche. Ziemlich cool. Oh. Alles klar. Wo komme ich denn jetzt her? Hier. Die Rüste habe ich vorhin angezogen, was? Was ist denn das da? Öh. Achso. Cool. Tö. Wir von der USC sind stets um eine wachsende Belegschaft bemüht. Jedes Jahr ziehen wir nur die Besten. Ja, 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 jetzt klappt sie wieder. So. Neue Herausforderungen. Mehr werden, als sie sich je erträumt haben. Fragen Sie Ihren Vorgesetzten, ob sie für die diesjährige Sehne... Hier müsste... Art ist doch Rüstung. Oh, da ist Benzin. Der hat es leider nicht geschafft. Armes Kärchen. Okay. Ähm. Gut, Rüstung. Gut, Rüstung. Boah! So, und wenn ich hier oben bin, gibt es hier irgendwas? Da. Ich komme doch irgendwie hoch. Nee, da komme ich von dahin. Nee. Wie komme ich denn da? Hm, hier gibt es gar nichts, oder? Okay, ich weiß nicht, ob da oben was ist. Ich mache jetzt erstmal hier weiter. Ah, Bezin. Oh, schon voll. Ja. Was ist denn das hier? Zugang gesperrt? Schon, Kacke. Dann gehen wir erstmal da lang. Oh, nein. Achso, und deswegen... Erstmal räumen wir hier ein bisschen auf. Was ist das? Ich höre noch einen. Da. Okay. Schrotfünfte rein. 20 Schuss, 20 Treffer, das passt schon. Ihr kennt das ja noch. Arena-Kampf. Oh. ... Ja. Ja. Ah Gehen wir mal noch Munition rum? Da liegt noch Munition rum. Oh, und die letzten Oh! Oh, sehr geil. Wie ich gesehen habe, wenn man mit der Kettensäge lossegt, dann fallen lauter Munition. Munitionszeug. Aus den Gegnern. Okay, das gucke ich mir nachher an. Da oben war noch eine Lupe. Das will ich noch machen. Danach gibt es die Bäuschen. So. Mal hier, oder? Nein, immer noch gesperrt. Und hier? Zugang verweilert. Hilfe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Okay. Na dann, würde ich sagen, machen wir hier mal ein Folgenpäuschen. Ich tricke ein Stück Kaffee. Ich bedanke mich vielmals für das Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen dalassen. Channel abonnieren. Die Glocke drücken. Keine Ahnung. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.